fangen wir an mit der da durfte man noch nicht gespielt haben sieht aber ab heute keine ahnung da ist ein clown drauf ich glaube nicht dass wir die schon gespielt haben ich weiß nicht ob es xp gibt ich habe die maps tatsächlich heute aus rausgesucht also aber du schaust das schon beim aussuchen immer ob da nicht immer steht aber da gibt die pp noch scheiß drecks banane ich hasse dich das ist ja nur die rote die erinnert die farbe also ja 707 level wie lang soll man das sein in drei jahre level up easy equipment fun secret wall of legends one death run king room ey die spielen wir dann nach dem essen wenn ich nach dem essen bei meinem talent ist die dann genau dann wenn die essen muss ja man merkt dass das der selbe entwickler ist man kriegt auch für jede fünf bestandene level xp ja 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 Weibhüeyer Weibhüeyer ich weiß nicht was gewollt machen und unten durch oder drüber bleib mal ganz kurz warte oh schade was heißt hier schade nein ok irgendwo soll es doch ein secret geben oder war mir nicht so habe ich nicht gelesen also ich weiß es nicht gestorben durch die volle absicht leider weiß ich das ist das nicht okay das geht nicht ich hatte die aktiviert also schon wieder ja ja okay es geht aber auch so nicht ich hasse diesen es gibt level oder maps bei dem ich den erstens gar nicht kriege das immer irgendwie anders lösen muss oder ich bin mit jemanden am zeig das ist okay so Nein, das war dämlich. Oh, Levelaufstieg. Ist das eigentlich irgendwie ein Easy-Parcour oder so? Ähm, ja. Ist das einfach? Okay. Warte, bleib doch mal da oben stehen. Hä? Darum gab es das, ich habe keine Sorge. Ich glaube tatsächlich, ich habe sogar einen Checkpoint ausgelassen. Okay. 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 Da habe ich mich drüber gegritscht, warum auch immer. Stirbst du gerade echt die ganze Zeit? Was steht hier? Ja. Das ist eine Schmerzen. Das ist ein Schmerzen. Ich habe das hier nicht. Ich habe das hier nicht geschehen. Ich habe das hier nicht geschehen. mhm fuck halt die mütse kann jetzt wie gibst du etwa gerade die ganze Zeit nö jetzt bin ich gestorben als ob du das Ende der First Try geschafft hast welches eine da also hä was meinst du jetzt du meinst das mit den Stacheln oder Darko hier sind überall Stacheln ne ich mein das mit ähm mit der Schräge nach unten ja das war die Schlussfolge also das war kein Problem ja aber wie bist denn da durch normal? ne ausgelöst halt vorher und dann durch ne ausgelöst ne aus Lein Hey! Hm? Will, hast du mich da gerade echt weggedrängt, obwohl du was mit geht. Ja, mach ich immer wieder gerne. Ah, ich war's. Hier war wieder so ne Schläge, ebenfalls was war. Alter, du hast das ausgenutzt, dass die noch aktiviert waren von mir, das ist dir bewusst. Mal ehrlich zu sein, mir war das gerade nicht bewusst, ich bin einfach durch. Ich hab nicht drauf geachtet, ob da fallen waren. Alter Cheater, ne? Unfairer Spieler! Boim, dieser Map hast du es auch schon mit mir ausgeholt. Und so, aber mal ganz ehrlich, so wie du die Map brennst, du kennst sie hundertprozentig schon. Ich bin ehrlich, ich kenn sie nicht, nein. Also kennst du sie. Ja. Es müsste aber mal so ne Funktion geben, dass man sieht, wer welche Map schon gespielt hat. Das ist nicht super. Wollt sie nicht. Was ist denn? Wollt sie nicht? Es tut mir nicht. und tschüss ok ich habe nicht gesehen dass man natürlich ganz rechts an die ecke muss um da hochzukommen daco du musst da in die ecke rechts um da hochzukommen oh nein äh 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 oh 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 das ist unfair mit den eisschuhen ach komm ich stand nicht mehr drauf nein nein schuhe warte kurz ach du eigentlich lös dich aus ja gut so wollte ich es nicht machen aber so ungefähr nein oh welche ist das dahinten es gibt immer mehr xp hier kann das sein ja 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 na außer diese fünf completed level die sind immer gleich warte 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 daco Den Fehler habe ich auch gemacht. Abgelitzt, abgelitzt. Einfach rüberschneiden. Genauso. Kann ich hier warten? Scheiße. Okay, jetzt muss ich das... Ach komm, ich lasse mich sterben, dass ich die Schuhe wegkomme. Dann habe ich den Rotz nicht mehr und wenn du das auch... Hab ich schon. Gibt aber leider danach keine Fallen mehr. Okay, das habe ich jetzt nicht gesehen. Halt! Boah, wer war das denn jetzt? Dafür, weil ich es auch... Ich will das schaffen. Lass mich machen, ich will das schaffen. Warte. Warte. Leck mich am Arsch. So. Alles. Daku, ich habe dir vorgemacht, wie es nicht geht und wie es geht. Nein. Ich dachte, das Ding wäre weiter hinten. Aber nö. Ähm, ach da. Äh, nimm das hier irgendwann mal in die Ecke, ne? 250 Level. Ah ja. 39 noch. Nein, nein! Ach du Heimatland. Ähm, scheiße. Das war einfach nur dumm. Ich warte jetzt einfach mal hier auf dich. Ah! Ja! Genau deswegen. Ey, schon wie... Dass er da auch nicht oben bleibt. Du musst bei der Falle, ähm, bei der Falle hinter dir drauf springen. Und dann kannst du, schaffst es da rüber. Natürlich muss ich die vorher auslösen. Warum dachte ich nicht einfach, dass ich sie auslösen muss? Aber nö. natürlich. Nein, der hat mich gesprungen. Der hat nicht gesprungen. Nein, der hat mich gesprungen. es geht man 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 oh Aaaaaaah Hä? Hier war gar keine Münze? Na ja. Ne, stimmt. Ich hab eh grad irgendwie ausgelassen. Ähm. Hilfe? Hilfe? Ähm. Alter, wie lange geht das denn noch? Äh, lange? Ja, kommen wir aber sicherlich gleich ins Ziel. Ne, drei Stages noch. Ich hab drei Dinger ausgelassen? Lol. Habe ich ja auch. Alter, du hast das wieder ausgenutzt, ne? Oh, dass ich das schon aktiviert hab. Bei sowas kann man ja nicht verkacken. Ja, trotzdem. So kann man die auch einsammeln. So, ab alle. Wir müssen noch fünf Minuten warten. Bonus XP. Reicht jetzt? Okay. 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 Mal. 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 Vielen Dank.